So, hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Runde Brawlhalla, einem Free-to-Play-Spiel auf Steam, welches ich heute mit German Let's Play gemeinsam spielen werde. Hey, hallo. Ich habe selber erst zwei Runden gespielt und das ist sowas wie Smash, bloß als Free-to-Play-Steam-Version, wo man sich Skins für Geld kaufen kann. Geil. Aber Smash ist doch in mir eine Kraft cooler. Aber, es ist sehr beliebt scheinbar, mittlerweile, momentan irgendwie, dieses Spiel und du musst, glaube ich, noch bereit drücken. Oder bist du schon bereit? Ich habe gerade Confirm gedrückt. Achso, ich kann eine Stage auswählen, Alter. Ui, ja, ich kann auch was, ja, ich kann auch entscheiden. Ich nehme den Grumpy-Tempel. Äh. Oh. Zeit ausgelaufen. Ja. Ja, der Grumpy-Tempel hat gewonnen. Falls der Sound irgendwie seltsam ist oder so, dann ist es okay. Warum sind zwei Mitspieler dabei? Ich habe einen Bot eingestellt. Egal. 3, 2, 1. Okay, wie geht's? Klär es mir. Äh, also, man kann nicht spielen. Ja. Oh, da ist hier eine Waffe. Genau. Achso. Jeder Charakter hat eine eigene Waffe und diese Waffen tauchen hier in der Map auf. Die musst du also erst aufheben und dann hast du deine Waffe. Deine Klassenwaffe. Und du siehst oben rechts siehst du diese Leisten von uns und wenn man getroffen wird, ändert sich die Farbe so vom Spiel an. Dann leuchtet der halt weiß bis hohen auf. Ja. Umso mehr er aufleuchtet, umso weiter fliegt ein Charakter weg. Äh, wie nimmt man Items? Kannst du dich aufheben? Hä? Hä? Warte. Ich muss gerade die Sound nochmal anpassen. Hä? Du hast schon einen Speer in der Hand. Ja, wie war ich den dann weg? Äh, mit R1. Zum Beispiel. Ah, das ist auch nochmal als Waffe sozusagen. Du hast eine Schusswaffe und eine Nahkampfwaffe hat jeder Charakter genau. Und dann gibt es halt diese Bombe, die du gerade geil in mich reingeworfen hast. Ja. Genau, und dann ist es einfach halt wie Smash. Und dann gibt es irgendwelche Leute, die scheinbar richtig gut sind. Hä? Achso. Du kannst auch an Wänden hüpfen. Ah. Oh, was ist das denn? Äh, eher... Warte noch! Hehe, ich lass dich das gar nicht aufheben. Höhööö. Das ist irgendwie so ein Ding. Was richtig cool ist, wenn du deine Waffe gegen einen Feind wirfst, kannst du die einfach im Flug auch wieder auffangen. Du kannst also richtig harte Wurf-Kombos machen. Ähm, du hast sonst Angriffe auf... Oh. Auf X kannst du zuschlagen, auf B hast du einen Aufladeangriff. Ja. Genau. Adenia? Hä, wo ist mein Stab? Ja, wenn du deine Waffe hast, hast du da richtige Angriffe. Achso. Und du hast halt auch so Seite... Was ist das denn? Du hast halt auch so B zur Seite Angriffe und sowas. Ja. Also wie ein Smash. Ich bin... Ne, ich lebe. Hä? Das hab ich gerade richtig verwirrt. Hä, aber da ist Link! Also in alle Richtungstasten hast du Angriffe mit X und mit B. Was denn? Ich kann fliegen, ich bin Gott! Ja, das ist seine Schusswaffe glaube ich. Komma! Alter! Aua! Hallo! Das war krass! Ich hab meine Waffe weggeworfen! Du bist glaube ich gerade schon rot. Ja. Warum bin ich rot? Weil du schon auch getroffen wurdest. Guck, du siehst, wir leuchten alle orange, wenn du uns triffst. Ja. Hau mich einmal, wenn du magst. Genau, ich leuchte jetzt auch schon rot. Das heißt einfach nur, dass... Oh, was war das? Hä? Aua! Hä, was war das? Nein, ich hab mich selber getötet! Ja! Achso, und wir spielen mit fünf Leben. Die stehen oben an dem Bild... Ja, wo bin ich? Ach, da. Da, du bist von so einem komischen Ding reingetragen. Alter, ich lass dich nicht in Ruhe. Ähm... Bring's dir jetzt mal selber um. Komm doch her, Alter! Du hast mein Ding weggeworfen! Loll! Aua! Was war... Ich hab ne Bombe ins Gesicht bekommen. Was ist denn? Schon gesehen. Ich hab das ganze auch probiert alleine aufzunehmen und hab einfach in Online-Lobbys gespielt, aber ich wurde so getötet von allen. Ja, Alter. Ich will jetzt schon auch noch von dir getötet werden. Haha! Nein! Oh Gott! Leute, ich hab mein Messer! Versuch's ruhig, Manu, ich komme! Ah! Oh Gott! Mach da! Hilfe doch! Team, Team! Nein! Ich hab meine Pistolen. Ich hab mich grade fast selber getötet. Oh Gott! Ist ja voll cool, wenn ich noch deine Waffe aufheben könnte, wenn ich sie runterfällt, aber ich glaub das geht nicht. Hä? Ja, geil! Dominating! Dominating! Cool! Ich hab den Dominating getötet! Tja, also viel dazu! Oh Gott! boah! Irgendwie sehen aber Schwerter und Pistolen immer gleich aus, bevor man sie ... ... aufgehoben hat. Ja ja! Das werden wir mal merken, das ist eigentlich ein ganz gutes Teil, aber damit sollte man es vielleicht auch mal treffen. Oh Shit. Oh nice! Aber das bringt fast gar nichts dazu werfen! Alter! Oh, der war gut! Mein Messer hatte ich getroffen. Hast du das gesehen, was da gerade passiert ist? Ne. Was ist passiert, Manuel? Berichte nicht. Loll. Aha, ich habe es in der Luft gefangen. Guter Waffe. Einmal gegenseitig wegwerfen erstmal. Ich brauche eine Waffe. Der kommt einfach und haut dir ins Gesicht. Bin ich nicht so fair. Ja, aber warum kann ich nicht so nach oben klagen? Oh Gott. Ja, Alter. Ey, komm, ey. Multi-Combo. Ah, what the fuck? Was? Mach dir einfach ein Double-KO. Oh nein. Dieser komische. Ist es ein Spieler oder ist es ein Bot? Ich weiß es nicht. Das kann man in dem Spiel echt schlecht erkennen. Oh Gott. Oh, die Bombe ist so knapp an euch allen vorbeigeflogen. Ja. Vor allem alle waren da, ne? Und du hast keinen getroffen. Ja, alle sind aber gleichzeitig in Bewegung gegangen. Nein. Oh, Alter. Ja. Ja, wenn ich... Ah, nice. Ja, wenn ich... Au. Oh, shit. Okay, Manuel hat gelernt, wie man auch Schüsse auflädt. Was? Was hast du überlädt? Ja, ja. Ja, man hat ja noch so einen Rettungsangriff. Oben und B halt. Oder oben und Y. Y und B ist glaube ich dasselbe. Okay. Warte mal, ich habe noch nie meinen Unten- und X-Angriffe ausprobiert. Was ist das denn? Aua. Aua. Bist du tot? Ja, er war... Nein, 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 noch nicht ganz. Aber ich bin gerade rausgeworfen worden. Ah, ja. Und ich sehe, wer eine rote Leiste hat. Ich nicht. Aua. Ich weiß, wer gleich eine hat. Puh. Scheiße, boah, ist das krass, Alter. Das kann man ja richtig weit werfen. Ja, passt mal auf, Junge. Oh. Ah. Nein, nein. Manuel. Oh. Was ist das? Wie man damit nicht treffen kann, ist krass. Guck mal. Nur das... Das war's. Oh, ich bin tot. Bin ich ganz... Nee. Ah, aber wir haben schon einen geraggt. Hahaha, ich habe mich selber mit der Bombe geraggt gesprengt. Richtig nice. Ja, wenn man online spielt, spielt man immer auf Zeit. Ich glaube, in zwei Minuten, wer am meisten Kills macht. Ich treffe aber gar nichts. Hahaha. Nein, 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 nein. Ja, was? Nein, nein. Das lasse ich nicht zu. Das soll nicht mein Ende sein. What the fuck, ey? Der Hai verspeist! Der Hai verspe... Aua. Aua. Ach man, jetzt ist es einfach nicht hier ein Bonn wie Yvonne. Oh, Gott sei Dank ist es despawned. Hä? Warum? Hä, es hat so geblinkt. Das war es. Hier ist er so... Alter. Boah, hätte ich nicht damit getroffen. Ich glaube, du wärst so aus dem Leben gekickt worden. Ich treffe damit nicht. Oh, scheiße. Ey, ich hab einfach nichts damit getroffen. Das war so... Was? Och. Lass mich mal kurz... Okay. Ich hab ihn jetzt wieder reingesteckt. Und gerade rausgefluppt. Nein, nein, nein. Nein, du bist gewonnen. Ich hab einfach gewonnen. Was? Krass. Das sah die ganze Zeit so aus, als würde ich sterben. Aber ich hab sieben K.O.s wenigstens. Ja, egal. Easy, Alter. Und ein Accident. Sei GG. Ich drücke Y. Um GG zu sagen. Ah. Oh, hä? Ich bin Newton. Wenn ich jetzt auf Next gehe... Ach, wir kriegen sogar Erfahrung. Selbst wenn wir privat spielen. Da tanzt meiner und kriegt Gold. Ihr klatscht mir zu, Alter. So. Ja. Du bist Arger. Soll ich Lobby drücken? Ah, nee, Next. Okay. Ah, ja. Jetzt sehe ich die EP. Level 2. Achso, man kann da so ein paar Stats ändern. Okay. Ich spiele mal noch mit jemand anderem, mit dem ich noch nie gespielt habe. Nämlich mit Sentineal. Das sind Dingsbums. Komischer Typ mit Hammer. Und Shock-Kartars. Ja, genau. Dich spiele ich mal. Sentineal. Hör, den wollte ich jetzt nehmen. Okay. Ach, wir haben... Da. Remove Bot. Ich wollte doch nur einen Bot haben. Hast du schon einen ausgewählt? Warte. Okay. Hä? Geht das nicht. Ah. Natürlich die GLP-Farben, Alter. Was ist denn los? Warte, warte, warte. Warte, dann endlich meine Farbe. Ich will nicht so gleich aussehen wie du. Ich bin einfach der Gelbe. Gibt es viele da? Ist egal. Jetzt habe ich eine Farbe ausgewählt. So, schauen wir mal. Schneemap oder schöne grüne Landschaft. Schneemap. Arschloch. Irgendwann nimmst du mir das weg. Und wir haben einen Thatch als Feind. Oh, nee. Es gibt auch so ein Starter-Pack, wo man alle Helden direkt bekommt. Hast du gesehen? Es gibt ja irgendwie zwei Reihen. Oh, ich bin fast runtergelaufen, weil ich mich mit dem anderen verwechselt habe. Nein, Nerz. Achso, das bist du. Oh, ich habe dich auch verwechselt. Alter. Schau mal. Alter. Ah. Es ist weniger chaotisch zu dritt auf jeden Fall. Hey. Ah. Wie genau dann noch was gespawnt ist, weißt du? Ja. Ach, der wirft sogar ein Item ab für einen. Achso. Achso, das wäre eine Attacke. Alter, wie wir uns Gott sei Dank verfehlt haben. Das ist ein Hammer. Ja. Sieht stark aus. Okay. Oh Gott, du hast eine Axt. Was? Genau. Wie unfair war das denn? Ja, wie Ping. Ich habe es selber mit ihm gemacht. Heißt das immer nicht Ping-Pong, oder? Heißt das Ping-Pong? Das ist Ping-Pong. Flipper. Könnte man auch. Flipper, genau. Läu. Hä? Was hat der denn für Waffen, dass er Kanonenkugeln schießen kann? Nein, der hat so... Nein, nein, das war ich. Achso, ja, du hast mich rausgehauen, aber der hat eine Kanonenkugel geworfen. Das war ich. Ich hau halt kaputt. Ne. Achso. Er haut uns kaputt. Ich habe eine Angriff-Art noch gar nicht ausprobiert. Ja genau, hau mich nur, damit ich es testen kann. Alter. Kann man Würfel aufladen? Ja, kann man. Ah. Das hat man auch schon gemacht. Ah. Ah, das ähnt sehr dem, was ich vorher hatte. Huff, boah. Alter. Ich dachte schon, du stirbst. Ich will doch nur die Bombe. Huff, ho. Ich dachte schon, die kann man schlagen. Oh, nice. Huff, boah. Huff, boah. Alter, hab ich den jetzt... Ich dachte schon, ich hab den da durchge... Huff, killed. Mag die Waffe nicht, die ich hier gerade habe. Ach du Scheiße. Alter, der Hammer hat so eine komische Reichweite. Nein. Oh Mann, was war das denn? Das hat dich weggekombot. Ja, das tausend so wie ich. In meinem Herzen. Ach Mann. Ich will aber die ganze Zeit nur meine Aufladeschläge treffen. Aua. Loi, ich hab dich gegen den Boden geklatscht und da hab dich bis hin umgeflogen. Boah, hast du Glück. Boah, hast du Glück, zack. Aua. Oh, fuck. Oh, erst mal das wegwerfen. Alter, ja. Alter Mobbingkreis. Ich wollte gerade sagen, geht halt beide auf mich. Der scheiß Pirat da. Alter. Aua. Boah. Damit getroffen, Junge. Du warst so tot. Du warst so ein toter Junge. Oh shit. Doch, ich lade dir mal ein bisschen auf. Ja, ich will auch die ganze Zeit aufladen, aber dann treffe ich ihn. Nice. Anstatt du auf den gehst, der war fast tot. Der ist schon tot. Sind alle fast tot. Hä, warum ist meine Waffe, die verschwinden einfach, oder was? Kann sein. Ja, die verschwinden. Ich hab nichts weggeworfen. Alter, der scheiß Pirat. Alter, der ist tot. LOL. Okay, er ist tot. Oh Gott. Wie der mich schon schlagen will, obwohl er noch gar nicht angreifbar ist. Tschüss. Oh nein. Das ist mein Leben beendet. Hoffentlich. Der Pirat auch einfach ohne Waffen kämpfen will, ne? Der ist richtig aggressiv. Oh nee. Ach, ich seh schon wieder. Komm, Manu gewinn schon wieder. Hier immer. Hör auf. Ah. Oh Gott, meine Mama. Krieg mich. Alter, war der nice. Alter, war der... Wie hast du das denn überlebt? Nein. Geh weg. Heb doch. Wie hast du das überlebt? Der hat die Waffe nicht aufgehoben. Oh, ich leb noch. Ich leb noch. Nein. Ja. Komm, komm. Ey, verpiss dich doch. Nein. Nein, ich hab mich verdrückt. Geiße. Oh, ich hab ne Waffe. Mann, hör doch auf. Oh, shit. Du Sack, Alter. Ach, das war gar nicht mein letztes Leben. Ich dachte die ganze Zeit, das ist mein letztes Leben. Weißt du, wie viel Panik ich geschoben hab? Ja, kein Problem. Danke. Ja, geht doch, ey. Oh, hey. Hallo. Wie denn einfach wieder hergetragen, wie es in deinem Kopf auch. Jo. Der Versuch war gut. Jo. Oh nein. Bring mir ne Waffe. Aua. Oh, der ist einer. Mein Wunsch wurde erhöht. Ah, ich muss mit meiner Reichweite arbeiten. Nein. Oh, fuck. Aua. Oh nein, man kann danach nicht mehr die Richtung ändern. Das ist richtig dumm. Jo, mach das mal. Aua. Boah. Das war knapp. Ich glaub, du gewinnst. Du Sack. Loll. Ah, so kann man denn die Sachen verlieren. Ach so. Oh. Ist das widerlich, ey. Oh Mann. Kass du dich so. Einfach fast tot. Oh nein. Wer hätte denn da links ge... Okay doch, Alter. Wer hätte denn da links geschlagen? Du bist so weggeflogen. Ach, Mann. Uiuiui, ey. Ach. Ich hab ne neue Farbe für mich freigeschalten. Alter, wie kann man denn GG-Button einfügen? Hehehe. Donne Scheiße. Okay. Puh. Also, ich hab Manu fertig gemacht. Ja, richtig. Die Auflösung von dem Spiel ist übrigens so seltsam in dem Video. Falls ihr euch gewundert habt, warum das hier so dicke schwarze Ränder sind. Oh. Ach so. Ah ja. Irgendwie ist es merkwürdig. Also, beim Aufnehmen auch. Ist es noch komischer. Aber gut, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr findet Spaß beim Zusehen. Ja. Danke fürs Zappen. Warte ich. Warte ich. Ja. Immer. Tschüss. Tschüss. Tschüss.